Willkommen zu meinem RAW Therapy Quick Tip Nummer 3. In diesem kurzen Tutorial möchte ich auf den Weißabgleich eingehen. Die meisten Kameras haben heutzutage einen durchaus ausreichenden Weißabgleich, aber manchmal sollte man ihn auch manuell einstellen können. Das geht mit RAW Therapy sehr einfach. Wir klicken hier auf den Reiter Nummer 3 von links, aktivieren ihn und hier haben wir eine Pipette, mit der wir den Weißabgleich eines Fotos manuell setzen können. Dazu klicken wir auf die Pipette, die ist nun ausgewählt und um den Weißabgleich einigermaßen auf neutral zu halten, empfiehlt es sich in einem Foto einen eher grauen Bereich zu suchen, um hier hinein zu klicken und den Weißabgleich vorzunehmen. Ich werde hier auf dieser Seite des Cockpits links unten in diesen grauen Bereich hinein klicken und somit hätten wir den Weißabgleich dieses Fotos gemacht. Man kann natürlich mit dieser Pipette einiges anstellen, das noch kurz hinzu, indem man einfach in bestimmte Bereiche des Cockpits hinein klickt und so den Cockpit oder dem Foto hier dementsprechend Farblux geben kann, wenn man das möchte. Der normale Weg ist, in einen grauen Bereich, relativ neutrales Grau in dem Foto zu klicken, um hier den Weißabgleich manuell vorzunehmen. und dann, um hier den Weißabgleich. Und dann, um hier den Weißabgleich die Erlösung zu schätzen.